Herzlich Willkommen zu Teil 2 und es geht weiter, oh jetzt haben wir hier unten wieder angegriffen, ist ein sehr intensives Match Ich muss mal ganz schnell die ganzen upgrades durchpumpen, ey wie schaffen das nicht die zu besiegen? Das kann nicht so wahr sein, sind die nicht so stark Wir brauchen noch einer hier Noch eine Plantage, schnell, brauchen Helpy Shit Die Jinnets sind ja voll der Scheiße, meine Meistergewehrreiter sind ja voll der Scheiße Ich muss hier noch, ach ich muss Tipi spawnen Wohl vergessen Wohl vergessen, dass ich Tipi spawnen muss um wohl Diese Imperialen Genets sind viel zu OP, what the fuck, warum sind die so stark? Oh ok, wir haben Blankler, Gute. Oh mein Gott, Blankler, Alter, dieser Typ ist der spendabelste Mann der Welt. Ich geh jetzt echt nicht schnell. Oh Gott, die sind auch schon Imperial oder was? Ah, hier kann ich noch upgraden die Wakina. No shit! Boah, die kommen nicht fertig, schütze. Was die Rufthold? Wtf war dieses Rufthold? Ich hab kein Gold. Ich hab so viele Leute auf. Komm jetzt, wir brauchen mehr Gold. Ich geh mal auf diese Einheiten hier. Okay, wir können zurückziehen. Mann, das ist ein echt intensiver Fight hier. Wir brauchen noch mehr Gold. Ich müsste das Ding bauen hier. Tippies, ich vergiss das hier, das noch Tippies zu bauen. Wir brauchen noch ein paar Tippies hier. Wir brauchen noch ein paar Tippies. 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 Leider nicht genug Gold wieder. Äh, Holz. Ich hab doch alles. Was? Ah, Vorfühlkriegstanz. Ah, ich kann Hunde-Selter da ausbilden. Wo kann ich die denn ausbilden? Wir brauchen noch ein paar Tippies. Wir brauchen noch ein paar Tippies. Ich mach so ein paar Tippies. Ich hab' die Hauptpulver. Ich habe 60 Leute auf. mehr lebenspunkte schicken wir uns ein paar hundersoldaten die kommen mit mir so ich glaube ich sollte paar kanonen aufbauen leichte kanon und den bauen diese g-nets sind zu op schicken das sind nur brütschnikis habe ich gar nicht gesehen oh lol die sind da unten durchgegangen ok da meine ganzen siedler abgeschlachtet haben wir noch ein tp hin doch wenn sie darauf kommen wir nochmal hier aus hin das schaffen wir nicht mehr der hat so eine gute virtue problem ich bin nicht mal ins letzte level gekommen ich kann nicht meine einheiten grad upgraden wie viel holz na ne gg hier 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 Ich schiebe mir das Holz noch, ich schiebe noch Gold. ich mag das nicht so gerne aber es leckt ich glaube ich habe das spiel gecrashed oh Gott, ich habe das spiel gecrashed glaube ich ich habe das spiel gegründet nicht schlimm wir können auch einheiten machen wir werden mal die angestärke der unsere einheiten sie kommen oh shit ich guckee Hm, vielleicht schaffe ich es noch die Fabrik aufzuhalten. Das ist nicht schlimm, wir können noch genug Armee machen. Oh Gott, da kommen ja noch mehr. Ja. Komm hier mal ein Feld wieder für Nahrung. Und die zwei Siedler dazu. Ja, ich glaube es ist ein GG für die. Ja, Punkte ist jetzt ein bisschen noch. Ja, blau ist schon weit unten an Punkten. Die haben fernangriff 50 seine G-Nads. WTF, was ist das für ein Deck, was er hatte? Ich muss mal rot sein, der kann es schauen. Was für ein Upgrades der hat. Oh shit, guck mal was für ein Upgrades der hat. Uh, Dragone erhöht. Reicht weiter. Ne, ne, ne. Oh Mann. Ja, hier auch noch. Ja, GG. Ja, ich gebe auch auf Good Game. Ja, leider haben wir verloren. Wir werden nicht schlecht, haben wir echt gut gespielt. Gehen wir mal auf die Statistik. Anzahl Dorfbewohner. Anzahl Dorfbewohner. Anzahl Dorfbewohner. Ich... Okay, der blau hat... Der rot hat echt gut ausgepumpt. Ui. Das war... Ich war Lila. Ich habe nach einer Zeit auch gut rausgepumpt. Ich hatte die die meisten Siedler, bis sie gefallen sind. Den Orange habe ich weggenommen, welche von 33 auf 26 hat er auch rausgepumpt. Rohstoffe hat am meisten Grün gesammelt. Oh mein Gott. Ich schätze hat er 10 Stück. LOL. Nice. 827 Imperial Musketiere. 442 Plankler. Ich lege eine Gewehrreiter. Dragon Genets. Oh Mann. Da würde ich sagen... Nice Spiel. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal.